In Zollikofen entstand eine ganz besondere Siedlung. Marti Gesamtleistungen erbrachte dabei alle Leistungen entlang der Wertschöpfungskette, von der Akquisition des Grundstücks über die Entwicklung und Realisierung der Überbauung bis zur Vermarktung und Bewirtschaftung der Wohnungen. Das Gelände wurde mit drei Volumen im Rücken bespielt, was zu viel Freifläche in Form eines öffentlichen Parks führte. Auch in puncto Nachhaltigkeit ist die Schäferhöhe kein Wolf im Schafspelz, sondern steht für nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Zum Beispiel produziert die Siedlung über Photovoltaikanlagen eigenen Haushaltsstrom. Die 116 Mietwohnungen sind im Eigentumsstandard ausgebaut und der Rest ist alles andere als Standard. Wo andernorts eine Wohnung wie ein Ei dem anderen gleicht, sorgen hier 42 unterschiedliche Wohnungstypen für spannende Vielfalt. In der Vermarktung der Wohnungen wurde ausschließlich auf digitale Features gesetzt. Neben 360-Grad-Rundgängen vereinfachte ein interaktives 3D-Modell auf der Vermarktungswebseite die Wohnungssuche. Für zusätzliche Effizienz sorgte der komplett digitale Bewerbungsprozess. Heute erhebt sich im öffentlichen Park neben der Wohnsiedlung ein fast 8 Meter hohes begrüntes Schaf, welches die Verbundenheit der Schäferhöhe zur Region und ihrer Bevölkerung symbolisiert. Bewerbungsprozess Bewerbungsprozess